Innerhalb von 48 Stunden den Gewinn von zwei Wochen ausradiert. Das ist die Story vom DAX gewesen. Was das mit den Anlegern gemacht hat, das erfahren Sie gleich. Hallo Herr Goldberg. Nach einem kurzen Sprung über die Marke von 15.500 Punkten am Montag ist der DAX doch relativ deutlich zurückgekommen. Ist das Ihrer Meinung nach auch der Grund dafür, dass wir nun fast 50 Prozent der Profi-Anleger in Bärenbergen haben? Nun gut, das mag sicherlich dazu beigetragen haben, das Verhalten der Akteure. Denn wir haben hier im Börse Frankfurt Sendman Index einen deutlichen Zuwachs bekommen. Vielleicht, weil wir auf 15.500 hochgegangen sind. Dieser Zuwachs, der, wenn wir auf die Grafik gucken, der beträgt nämlich 15 Punkte und bringt uns jetzt von einem Stand von vormals minus 10 auf einen neuen Stand von minus 25. Das ist ein Stand so niedrig wie zuletzt im vergangenen August gewesen. Hier sind also vor allen Dingen Optimisten aktiv gewesen. Ehemalige Optimisten, die sich in Richtung Short-Seite gedreht haben. Aber auch aus dem Lage der Neutralen kamen hier neue Pessimisten mit dazu. Und was bemerkenswert ist, auf diesen Zug nach oben, da hat sich eigentlich niemand so richtig mitreißen lassen. Also der ein oder andere Pessimist hätte ja die Notbremse ziehen können, hat aber nicht gemacht. Man hat die Nerven behalten. Und so sind wir also jetzt bei diesem recht pessimistischen Stand. Und letztlich ist das dann schon etwas, auch im relativen Vergleich auf die Sicht von sechs Monaten, etwas, was wir schon lange nicht mehr gehabt haben. Ich glaube, es war im April vergangenen Jahres gewesen. Im Lager der Privatanleger gibt es ebenso starke Zugewinne. Sehen Sie hier identische Gründe wie bei den professionellen Anlegern? Es ist ganz ähnlich. Es ist ein Rückgang von 17 Punkten. Das ist auch bemerkenswert. Wir waren ja zuletzt bei plus vier gewesen in Börse Frankfurt. Der Blick auf die Grafik zeigt uns, dass wir jetzt bei minus 13 sind. Hier eine ganz ähnliche Entwicklung. Hier ist das Verhältnis zwischen ehemaligen Optimisten und vormannsneutral eingestimmten Marktteilnehmern in etwa 50-50. Und letztlich dann eine ganz ähnliche Entwicklung, die letztlich auch dazu geführt hat, dass bei den Privatanlegern endlich mal Gewinne mitgenommen worden sind. Und was erwarten Sie jetzt unterm Strich für den DAX in den nächsten Tagen? Befinden wir uns mittlerweile schon wieder auf potenziellen Einstiegskursen für die Marktteilnehmer? Ja, im Moment noch nicht. Wir sind jetzt ja von der Spitze mal gerade so 1,8 Prozent, 2 Prozent zurückgekommen. Das ist ja nicht viel. Aber die Schnelligkeit, mit der das gelaufen ist. Ich habe so ein bisschen im Eingangsstatement gesagt, da sind zwei Wochen Kursgewinne kaputt gemacht worden innerhalb von 48 Stunden. Das hört sich dramatisch an, ist aber nur deswegen so dramatisch, weil das eben vorher vergleichsweise kleine Handelsspannen gewesen sind, in denen gehandelt worden sind. Dann das Ganze auch noch seitwärts. Es sieht also viel dramatischer aus, als es tatsächlich ist. Und natürlich ist man hier auf die Short-Seite gegangen, seitens der Investoren, um natürlich nicht dem DAX für immer den Rücken zu kehren, sondern vor allen Dingen wahrscheinlich, um wieder auf niedrigerem Niveau einzusteigen. Dieses Niveau hat bislang nicht ausgereicht. Diejenigen, die auf der Short-Seite waren, vor allen Dingen in den vergangenen drei Wochen, kann man sagen, ist das mehrheitlich bei den institutionellen Anlegern der Fall gewesen. Die haben dann natürlich den Ausflug des DAX nach oben ausgesessen und sind jetzt vermutlich irgendwo ziemlich bald im Plus-Minus-Null-Bereich, was die Performance angeht. Die meisten von ihnen brauchen in etwa einen Rückgang des DAX unter die 15.000er Mark, also in Richtung 14.900, 14.950, also wie bereits schon in den Vorwochen, um hier dann tatsächlich mit einem kleinen Gewinn herauszukommen, vielleicht sogar auch nur mit einem blauen Auge, Plus-Minus-Null. Das kann ich nicht genau ausrechnen. Aber letztlich sind das gute Nachrichten für den DAX auf niedrigerem Niveau natürlich die Nachfrage der heimischen Investoren. Und letztlich denkt man sich hier, vermute ich, dass man diese übertriebenen Aufwärtsbewegungen, dass man da das Letzte, das Übertriebene heraushaben möchte, also ein bisschen mehr zurück auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Und deswegen glaube ich eben, dass die meisten der heutigen Pessimisten gerne bereit sind, wieder im Aktienmarkt einzusteigen, wenn es dann halt ein bisschen tiefer runtergegangen ist. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Goldberg. Bis nächste Woche. Gerne. Gerne. Untertitelung des ZDF, 2020